Ich finde, dass sich gerade die Reihen gut lichten. Und es ist ja auch alles nicht überraschend, nicht? Nee, nee, es ist nur für manche überraschend. Es ist doch gar nicht überraschend. Wir wussten das doch vorher. Wir haben gewaltige arabisch-islamische Parallelgesellschaften, die haben ja auch am 11. September 2001 schon in Berlin auf der Straße gefeiert. Ja, das ist ja alles nicht so. Ja, da schlage ich vor, fangen wir einfach an. Sonntag, 22. Oktober 2023. Willkommen bei Indubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann und ich bin verloren. Ich weiß nicht mehr, welche Werte wir haben. Ich verstehe die Gesellschaft nicht mehr, in der wir leben. Und darüber möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen. Zugeschaltet ist die Publizistin Birgit Kelle und die beiden Juristen Carlos A. Gebauer und Ulrich Voskerau. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe das Gefühl, ich lebe mittlerweile in einem Land voller Doppelverdiener, die in ihren Doppelhaushälften sitzen und ihrer Doppelmoral frönen. Kein Wunder, dass es in einem solchen Land mittlerweile viele Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft gibt, weil die genau wissen, dass die irgendwann in ihr anderes Land flüchten müssen, wenn sie dieses Land aber doppelt und dreifach gegen die Wand gefahren haben. Der Trend geht zur Zweitmoral. Wir haben lauter Zeiten, Wände, Hälse, die herumlaufen. Und ich gebe mal ein Beispiel. Seit Jahren stellen sich Leute nur noch vor, indem sie mir erstmal ihre Pronomen um die Ohren hauen. Da wollen sie als er ihm oder als sie ihr angesprochen werden. Dann sagen sie, welches Geschlecht sie haben. Und bevor ich überhaupt weiß, was ihr Beruf ist, was ihr Lieblingsessen ist, muss ich mich mit ihren Geschlechtern auseinandersetzen. Und dann wurde auch alles dafür getan, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter durchgesetzt wird. Aber am 7. Oktober 2023 gab es einen Anschlag von der Hamas, wo Frauen vergewaltigt wurden, wo sie geschändet wurden und wo die Frauen gefilmt wurden, während sie geschändet wurden, um das als Terrorwaffe im Krieg zu benutzen. Und auf einmal höre ich Leute im Diskurs, die mir was erzählen wollen von Da muss man auch mal beide Seiten sehen. Das muss man differenziert betrachten. Man ist ja schon gecancelt worden, wenn man jemanden mit der falschen geschlechtlichen Anrede angesprochen hatte. Aber bei der Vergewaltigung, das müssen wir dann differenziert sehen. Birgit, was ist da los? Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt einfach nur recht offensichtlich endlich sehen, was Frauen wie ich schon seit Jahren anfangen, dass wir nämlich auf manchen Augen blind sind, auch an der feministischen Front. Also das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja eben die Realität, dass wir normalerweise eine hochempfindliche westliche Gesellschaft inzwischen haben, die ständig in MeToo-Debatten versinkt, die sofort eskalieren kann, wenn ein Genderstern fehlt oder wenn irgendwo eben das falsche Pronomen benutzt wird. Also diese Aufschrei-Gesellschaft. Und jetzt interessiert gerade diese Front, ist sehr, sehr leise und man hört überhaupt nichts, weil eben hier, sagen wir mal wieder, die falschen Täter aufwecken, offensichtlich im Fokus stehen. Wir haben, genau, es ist im Prinzip leider aber auch eine Geschichte, die sich wiederholt. Wir haben ähnliche Effekte schon gesehen bei der berühmten Silvesternacht in Köln, wo eben auch der feministische Aufschrei ausblieb, weil es eben die falschen Täter waren, die man hier anprangern wollte. Und man jetzt einfach nur sieht, insofern, wir haben unsere Moral nicht verloren, sondern es wird jetzt relativ deutlich, wie sich die Spreu vom Weizen trennt und wie diejenigen im Moment sich positionieren, die sonst immer die Moral sehr hoch vor sich tragen und jetzt sehr still sind. Oder eben zeigen, wie sie offen ihre Doppelmoral eben auch leben. Ich hoffe sehr, dass zumindest ein positiver Effekt dieser gesamten Situation, wenn man überhaupt das Wort positiv in den Mund nehmen möchte, angesichts dessen, was gerade passiert. Aber ich hoffe, dass jetzt einfach ein Weiter-so in Deutschland hoffentlich nicht mehr funktioniert, dass dieses Wegschieben der real existierenden islamischen Parallelgesellschaften, die wir bislang einfach klein geredet oder ignoriert haben oder sogar eben behauptet haben, sie existierten nicht, während wir angeprangert haben, diejenigen, die darauf hinwiesen, dass dieses Weiter-so nicht mehr funktionieren wird. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das medial zumindest doch langsam deutlicher wird. Die Frage ist nur eben, ob jetzt auch in den Parlamenten endlich Nägel mit Köpfen gemacht wird. Also ob es bei reinen verbalen Haltungen bleibt oder ob jetzt endlich Konsequenzen gezogen wird. Sprich, wie gehen wir zukünftig damit um mit der nicht erfolgten Integration? Wie gehen wir damit um, dass gerade auch in Brüssel wieder ein Flüchtling, ein sogenannter Flüchtling im Namen seines Gottes wieder westliche Angehörigen der westlichen Zivilisation niedergeschossen hat? Wie gehen wir damit um, dass wir Freudentänze auf deutschen Straßen haben? Wollen wir endlich zur Kenntnis nehmen, dass wir ein Problem haben? Oder machen wir einfach weiter nach einer gewissen Zeit? Das ist das, was sich für mich im Moment quasi als die einzig entscheidende Frage stellt. Wir haben nichts Neues, sondern wir haben nur etwas, was jetzt offensichtlich zutage tritt. Und die Frage ist, wollen wir reagieren? Und wollen wir dieses nie wieder, das wir den Juden versprochen haben, jetzt auch in Taten umsetzen? Oder wollen wir sie im Stich lassen, indem wir beide Augen weiterhin zumachen vor dem, was auf unseren eigenen Straßen passiert? Ulrich, die Sache bei Werten und Normen ist, mir hilft es immer, wenn sie niedergeschrieben werden, wenn ich weiß, welche Regeln denn gelten. Gucken wir mal ins Grundgesetz, Artikel 16a, man kann es gar nicht oft genug vorlesen, den ersten Satz kennen alle, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und dann geht es weiter, auf Absatz 1, also auf politisch Verfolgte genießen Asylrecht, kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. So, das ist relativ klar definiert. Du bist einer der Ersten, der schon 2015 darauf hingewiesen hat, dass das, was 2015 passiert ist, ja, grundgesetzwidrig ist. Wir haben jetzt acht Jahre später, und ich habe das Gefühl, darüber wurde immer noch nicht diskutiert. Also ich habe das Gefühl, es interessiert die Leute nicht. Was sind denn unsere Werte wert, wenn nicht gilt, was im Grundgesetz steht? Ja, also deswegen ja Herrschaft des Unrechts. Daher diese Formulierung in Artikel 16a Absatz 2 des Grundgesetzes wird ja durch Paragraf 18 des Asylgesetzes konkretisiert, wo drin steht, dass jemand, der aus einem sicheren Drittstaat, also wie auch immer auf dem Landweg nach Deutschland einreist, um Asyl zu beantragen, bereits an der Grenze zurückgewiesen werden muss. Dagegen gab es schon immer die Gegenargumentation, dass er erstmal müsse einreisen dürfen, damit das zuständige Ersteinreiseland festgestellt werden kann. Aber da hat sich nie wirklich erschlossen, warum das etwa nicht in Österreich oder in der Schweiz passieren kann, von woher er eben einreisen will. Und vom Grundsatz her kann das eigentlich auch nicht durch das Europarecht relativiert werden, weil ja kein Gegensatz zum Europarecht besteht. Es gäbe nur dann einen Anwendungsvorrang des Unionsrechts, wenn ein gegensätzliches Ergebnis bestehen würde. Und im Europarecht gilt ja gerade, dass der Grundsatz vom Ersteinreisestaat, also der zuständig ist, deswegen ist eine Reise quer durch Europa gar nicht erforderlich, wie dem auch sei. Ungeachtet dessen hat in der Tat der Europäische Gerichtshof Ende September eine neue Entscheidung gemacht, wo eben allen Ernstes drinsteht, dass die Einreise über Binnengrenzen, eines Asylbewerbers über Binnengrenzen, nicht behindert werden dürfe. Das ist schon merkwürdig. Also der Europäische Gerichtshof hat das jetzt in der Tat gesagt, dass ein Asylbewerber nicht nur in die EU einreisen kann über das Ersteinreiseland, sondern er kann sich dann auch selbstständig bewegen und darf zunächst mal an der Grenze nicht aufgehalten werden. Und dies dann mit der eigenartigen Gründung. Eigentlich wird ja dadurch das europäische Asylsystem, das eben auf dem Prinzip Ersteinreiseland, Zuständigkeit des Ersteinreiselands und dann eben nach nationalem Asylrecht des Ersteinreiselands konstituiert. Das wird ja dadurch leerlaufen. Ja, das wird ja außer Kraft gesetzt, wenn jeder nicht nur faktisch nach Deutschland reisen kann, wo dann übrigens nach sechs Monaten Aufenthalt auch rein rechtlich die Asylzuständigkeit auf Deutschland übergeht. Das ist die andere Seite. Wenn er es schafft, sechs Monate hier zu sein, dann ist Deutschland auch rein rechtlich für das Asyl zuständig. Und der EuGH sagt jetzt eben nicht nur, dass er faktisch einreisen kann, wenn es keine Grenzkontrollen gibt, er darf es auch. Und das wird merkwürdigerweise, es wird sehr merkwürdig begründet, nämlich damit, dass die sagen, es sei sozusagen, ja darum dreht es sich wohl in letzter Konsequenz, es sei letztlich wohl Menschenwürde widrig, wenn man einem Menschen ohne Anhörung sagt, du darfst hier überhaupt nicht reinkommen, weil du willst von außen rein und hast hier nichts zu suchen, sondern man müsste ihn erstmal einreisen lassen und dann müsste man ihm sagen, er müsse wieder ausreisen, weil er kein Aufenthaltsrecht hat. Und dann muss man abwarten, ob er freiwillig ausreist. Und wenn er es nicht tut, kann man ihn dann auch in den Abschieberhaft nehmen und irgendwann abschieben. Aber sozusagen, es muss, meint der EuGH jetzt, eine freiwillige erste Stufe geben und damit er seine Freiwilligkeit dann unter Beweis stellen kann, muss er ja zunächst mal einreisen. Er muss einreisen, damit er freiwillig wieder ausreisen kann. Das ist natürlich etwas Hanebüchen, aber das ist jetzt die letzte Stufe der Rechtsprechung des EuGH. Das ist schon ein Riesenproblem. Und jetzt, jetzt wäre die Stelle, wo es wirklich zum Schwur kommt. Denn vor dem Hintergrund der Ereignisse in Israel, da findet es sich ja jetzt zusammen. Es ist ja jetzt abzusehen, wenn jetzt der Gaza-Streifen abgeriegelt wird und es da teilweise kein Trinkwasser gibt und so, dann ist ja völlig klar, dass jetzt zahlreiche Hamas-Aktivisten, Terroristen ihren Wohnsitz nach Deutschland verlegen werden, wo sie eben Bürgergeld, Wohngeld, Kindergeld bekommen. Und jetzt ist die Frage, ob die Politik diese Zureisewelle, also wirklich von wirklichen Terroristen aus Palästina, dann zum Anlass nimmt, um zu sagen, jetzt ist mal egal, was der EuGH sagt, wir machen jetzt die Grenzen zu, das wollen wir nicht auch noch. Oder ob diese kommende Anreisewelle zum Anlass genommen wird, um alles wieder zu kassieren und zu sagen, naja, die haben doch Rechte, die haben doch eine Menschenwürde und es dürfen nur die nicht einreisen, die nicht einreisen dürfen, die dürfen dabei sein. Das wird jetzt spannend. Carlos, ich habe gerade die Doppelverdiener in ihren Doppelhaushälften angesprochen und ich glaube, dass die wirklich ein großes Problem sind, weil es geht denen vermutlich gar nicht um Werte, sondern die schämen sich für ihren Reichtum oder dafür, dass es denen so gut geht. Und deswegen sagen die, weil wir uns so schämen, müssen wir die ganze Welt retten. Und dann werden die Grenzen anderer Leute aufgemacht, dann werden die Portemonnaies anderer Leute aufgemacht, weil man möchte ja weiter sich sein Dekor in seiner Doppelhaushälfte auch leisten können. Und dann ist man für ganz viele schöne Aktionen, die einem selber nichts kosten, die dann andere natürlich bezahlen müssen, aber man schämt sich eigentlich für den eigenen Reichtum. Übertreibe ich es da oder kann das eine Erklärung sein? Haben wir keine Werte mehr? Schämen sich einfach zu viele Leute in diesem Land? Also ich glaube, es ehrt dich sehr, Gerd, dass du den Menschen, die du skizzierst, den Doppelverdienern in der Doppelhaushälfte so viele Überlegungen zutraust. In meiner Überlegung oder in meiner Weltsicht neige ich eher dazu, davon auszugehen, dass es eine riesengroße Mehrheit von Menschen nach wie vor in unserem schönen Land gibt, die sich über all diese Dinge so überhaupt keine Gedanken machen und die sich überhaupt nicht in die Situation begeben, sich über irgendetwas schämen zu müssen, sondern die gucken einfach völlig woanders hin. Das ist denen alles gerade egal. Und die leben in der schönen Befindlichkeit, dass ja alles schon irgendwie geregelt sei. Im Rechtsstaat und im Sozialstaat namens Bundesrepublik Deutschland für alles gibt es eine Zuständigkeit, eine Behörde. Und da, wo es eine Behörde nicht gibt, da ist eine NGO zuständig oder die Kirche. Der Einzelne muss sich um nichts kümmern. Alles ist geregelt. Ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, vor 25 Jahren mal einen Text geschrieben habe und gesagt habe, wenn man irgendwo in der dritten Welt mit dem Auto stehen bleibt, weil es nicht mehr fährt, dann bleibt sofort das nächste Auto stehen und hilft einem. Sofort der nächste bleibt stehen und sagt, kann ich helfen? Du hast ein Problem. In Deutschland kann man mit dem Auto auf der Straße verrecken und alle fahren weiter. Es kümmert sich... Es gibt ja den ADAC. Es gibt ja den ADAC in Deutschland dafür. Genau, es gibt den ADAC. Das ist das, was sich alle überlegen, die an einem Hilflosen mit seiner Warnblinkanlage vorbeifahren. Ich habe es also selber vor ein paar Tagen mal das erste Mal in meinem Leben tatsächlich durchexerziert, als ich auf der Überholspur an der Straße stehen blieb. Ich hatte mit Hubexzessen gerechnet, aber in der halben Stunde, die es gedauert hat, bis ich da weggezogen worden bin von einem freundlichen Abschleppmenschen, alle fuhren um mich herum und guckten ein bisschen mitleidig, aber Hilfe oder die Frage, kann ich helfen, zur Seite zu schieben, das gibt es da nicht. Also These Nummer eins, es ist alles geregelt. Man muss sich um nichts kümmern. Das passiert alles von selbst und irgendwie ist schon Geld da und wenn Gerns da ist, machen wir ein Sondervermögen oder einen Sonderhaushalt oder eine Bad Bank und dann geht das schon alles gut und dann wundert man sich, dass im Geschäft alles teurer wird. Den Leuten ist das schlicht egal. Sie haben kein Problembewusstsein und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das ist also dieser ADAC-Hinweis letztlich und der zweite Punkt, ich habe es immer schon gesagt, ich habe vor fast zehn Jahren ein Buch geschrieben über das Unionsrecht und habe das so methodologisch ein bisschen dargelegt und habe gesagt, das Lustige oder Fatale, wie immer man es sehen möchte, am Unionsrecht, am Europarecht ist, dass immer im Absatz 1 eines Artikels vom EU-Vertrag oder vom Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in Absatz 1 steht immer irgendetwas, was man toll findet und wo man zustimmen kann, irgendein Wert, irgendeine tolle Regelung und Absatz 2, 3, 4 sagen dann sehr, sehr kleinteilig und sehr viel wortmächtiger genau das Gegenteil und das führt den EuGH in meiner Beobachtung, in seiner Rechtsprechung immer wieder zu dem Punkt, dass man alles begründen kann und auch das genaue Gegenteil und das führt schlicht in ein absolutes Chaos und der Versuch, 370 oder gar 500 Millionen Leute über einen normativen Leisten zu scheren und zu sagen, wir formulieren hier generell abstrakte Rechtsnormen und alle haben sich daran zu halten, das führt zu Ausnahmeregelungen, Gegenausnahmen und Gegenaus-Ausnahmen und wie immer man das nennen will und das ist Chaos. Kein Mensch weiß, wie er sich dann noch verhalten soll und um den Sack zuzumachen, jeder, der dann im Doppelhaus sitzt, der Doppelverdiener-Ehe und der anfängt mal zu gucken, wie ist das eigentlich geregelt, kommt nach fünf Minuten zu dem Ergebnis, das ist so kompliziert, dass ich es nicht verstehe, dann lehnt er sich wieder zurück und schaut wieder wetten das und hofft, dass alles gut geregelt ist. Aber die individuelle Moral geht völlig runter. Ich muss kurz fragen, läuft wetten das noch? Ich gucke seit Jahren kein Fernsehen mehr. Gibt es das noch? Nein, ich weiß es gar nicht. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das immer noch läuft. Ich bin bei Dalli Dalli ausgestiegen. Ich würde gerne aufgreifen, was da, wo Carlos Gebauer gerade aufgehört hat, weil es ist nämlich auch eine Frage von Wissen und von eben nicht vermitteltem Wissen. Also, dass der Nahostkonflikt kompliziert ist, brauchen wir nicht betonen. Wenn allerdings die deutsche Politik und im Moment ist das Phrasenschweinrand voll mit dem Zitat, dass die Sicherheit Israels ja Deutschlands Staatsräson sei, man wiederholt diese Phrase ständig, ohne sie mit Inhalt zu füllen. Und wir haben uns sehr wohl gefühlt, auch die letzten Jahrzehnte, das Unermüdlich, das Nie Wieder und Staatsräson und alles. Was das aber konkret bedeutet, was das in der inhaltlichen Umsetzung auch bedeutet, welche Haltung man dann bitteschön auch Israel gegenüber dann zu haben hat, wenn es konkret wird. Das wurde ja letztendlich nie mit Inhalt gefüllt, jedenfalls nicht von unserem Staat und im Übrigen auch nicht im deutschen Bildungssystem. Ich habe mal die wenig repräsentative Umfrage unter meinen Kindern gemacht über die Frage, was wisst ihr eigentlich über den Nahostkonflikt? Was wisst ihr über Israel? Was wird in der Schule darüber gelehrt? Sie wussten quasi nichts darüber. Und dann habe ich überlegt, was habe ich eigentlich in der Schule groß darüber gelernt? Auch ich hatte damals nicht besonders viel Information. Alles, was ich über den Nahostkonflikt weiß, die komplizierte Geschichte über diese Region, sind Dinge, die ich mir selber mühsam angeeignet habe, weil es mich interessiert hat und weil ich wissen wollte, was denn hinter all diesen Phrasen von Besatzungsmacht und von Free Palestine eigentlich steckt und wer denn sozusagen jetzt nun wirklich die Guten sind in diesem Spiel. Ich will nur betonen, wenn man sagt, das ist Staatsräson und wenn wir sagen, wir haben als Deutsche eine besondere Verantwortung Israel gegenüber, dann haben wir auch eine besondere Verantwortung, das an die nächsten Generationen weiterzureichen, um diese besondere Haltung, die Deutschland hier einnimmt, auch an unsere Kinder weiterzureichen und eben nicht zuzulassen, dass diejenigen, die bunte Palästinenser-Tücher tragen, die es inzwischen auch mit Glitzer und in verschiedenen Farben im deutschen Handel zu erwerben gilt, mit ihren Phrasen, den Diskursbestimmern, auch an den Schulen und eben auf deutschen Straßen, weil wir nämlich unsere Kinder im gesamten deutschen Bildungswesen eben nicht klar über die Historie aufklären und sich dadurch natürlich, das erleben wir gerade ja massiv, auch in deutschen Medien und vor allen Dingen auch in sozialen Netzwerken, die Desinformation über die Frage, wem nun welches Land gehört, wo Palästina sie wirklich findet auf der Weltkarte, nämlich eigentlich nirgendwo, dass all dieses gefährliche Halbwissen und Nichtwissen sich verbreiten kann und dann natürlich auch dazu führt, dass man eben in diesem Ungefähr, in dem man sich wohlfühlen möchte, dass man ja irgendwie allen Seiten gerecht werden will und wir wollen ja auch niemandem böse sein und wir wollen natürlich allen Zivilisten helfen, aber hier ist viel zu wenig Wissen auch einfach da, das verbreitet wird und für mich wäre das auch ein wichtiger Aspekt, den wir endlich verändern müssen, damit wir auch den kommenden Generationen unserer Kinder klar machen, was es bedeutet, dass wir eine Verantwortung haben als Deutsche. Ich würde gerne zwei Dinge kurz einwerfen, also erstmal ein Stück weit Erbarmen mit den Deutschen, was das Problem der Autopanne und dergleichen angeht. Also, Rolf-Peter Sieberle, der Historiker, hat an einem wunderbaren Beispiel die Veränderung der Gesellschaft in den letzten 30 bis 50 Jahren auf den Punkt gebracht und zwar am Beispiel des Geldbriefträgers. Er sagt dann, als er jung war, 50er, 60er Jahre, da gab es die Einrichtung des Geldbriefträgers. Geldbriefträger waren immer alte Männer, weil die waren 30 Jahre lang normaler Briefträger gewesen und mussten sich dann als ganz zuverlässig erweisen und dann konnten sie Geldbriefträger werden. Das waren alles alte Männer, die konnte man erkennen, weil der Briefträger auch vorher eine Uniform getragen haben und jeder wusste, der hat da 50.000 Mark in seinem Koffer und der konnte durch die Gegend gehen, der war völlig unbehelligt. Es kam in den 15, 60er Jahren niemand auf die Idee, dass so ein Geldbriefträger, ein alter Mann mit einem dicken Koffer, wo 50.000 D-Mark drin waren, dass der irgendwie beschützt werden muss. Es ist ja auch nichts passiert. Es war eine verlässliche Gesellschaft und wenn Sie die Situation so in Entwicklungsländern schildern, wenn einer eine Autopanne hat, in Entwicklungsländern haben die genau die Situation, die wir in den 50er, frühen 60er Jahren auch noch gehabt haben in Deutschland, nämlich eine einigermaßen homogene Gesellschaft, wo man darauf rechnen konnte, dass man in irgendeinem zufälligen Passanten, einem Autofahrer mit Panne, ja sozusagen eine Art Bruder wiederfindet, mit dem man sich flüssig unterhalten kann, mit dem man dieselbe Kultur teilt oder jedenfalls in dieser Situation, wo er Hilfe braucht, völlig zugänglich sein wird. Und heute weiß man eben nicht, wen man da trifft. Das kann ja sonst wie ein Irrer sein. Ja, und liebe Birgit Kelle, nun ja, ich kann ja den Appell verstehen, aber es klingt ein bisschen wie das, was auch normale Politiker immer im Fernsehen sagen. Wenn es irgendein Problem gibt, dann sagen die normalen Politiker im Fernsehen auch immer, ja, da muss sich die Schule mal drum kümmern, die müssen das endlich in der Schule lernen. Nein, ich will es nicht, ich will nicht, nur einen Einwurf, ich will nicht die Verantwortung an die Schule abgeben. Ich will eigentlich, ich wollte nur eine Erklärung liefern, eine schlichte Feststellung, dass es eben nicht verwunderlich ist, wenn wir quasi diese weit verbreiteten Meinungen in der Gesellschaft haben, weil wir uns schlicht überhaupt nicht drum kümmern. Ja, von dem Effekt, abgesehen, dass also junge Leute oft nicht genau das befolgen, was man ihnen in der Schule beizubringen versucht, sondern gerade das Gegenteil machen, jedenfalls in einem gewissen Alter, fürchte ich, dass man also in einer derart heterogenen Gesellschaft, wo wir eben wirklich nach Millionen zählende Parallelgesellschaft mit arabisch-islamischer Grundierung haben, da wird man den Antisemitismus nicht durch Schulunterricht aus der Gesellschaft herausbringen. Also ich fürchte, das ist dann eben ein Schicksal, dem wir wirklich nicht entkommen können. Das liegt eben an der Zerlegung, an der Heterogenisierung der Gesellschaft. Nee, sorry, aber da muss ich jetzt wieder widersprechen, weil wir müssen diesen Kampf auch an den Schulen austragen, weil wir sehen nämlich auch, dass er an den Schulen ausgetragen wird. Also wenn wir gerade in Brennpunkten und es gab, es war ja medial nachzulesen, in einer Berliner Schule gab es ja solche Szenen, wo ein Lehrer versucht hat, reinzugehen, weil da Palästina-Flaggen geschwenkt wurden. Jetzt hat er ein Strafverfahren am Hals. Das heißt, diese Thematiken sind längst in unseren Schulen, jedenfalls auf den Schulhöfen, auch wenn sie nicht im Unterricht stattfinden. Und die Schule, in der Schule läuft dieses Ganze auf. Wir haben auch die Konflikte zwischen muslimischen Vorstellungen, wie ein Mädchen sich zu kleiden hat, an den deutschen Schulen längst und man lässt die Lehrer damit im Stich. Das heißt, wir haben längst ein Problem, einen Clash of Cultures in unseren Schulen und wir streifen, auch die Politik lässt, im Endeffekt, weil sie die Augen verschließt und weil man dieses Problem gar nicht wirklich ansprechen will, weil dann müsste man es ja lösen. Wir lassen im Moment die Schulen auch alleine damit. Die Politik lässt die Schulen alleine. Aber das Problem ist längst da. Es ist seit Jahren sichtbar. Wir haben Schulen, da ist das seit Jahren sichtbar. Auch die Haltung, die die Schüler von zu Hause ganz offensichtlich mitbringen, die Nicht-Integration mancher Bevölkerungsgruppen ist glasklar sichtbar an deutschen Schulen. Insofern ist es die verdammte Pflicht der Schulen, hier eine Haltung einzunehmen und es ist die verdammte Pflicht der Politik, die Schulleiter dabei zu unterstützen und die Lehrer. Ich möchte nicht Lehrerin sein in so einem Brennpunkt, wo ich versuche, Frauenrechte an muslimische Schüler zu unterrichten, mit Verlaub. Und das sollte aber möglich sein. Das sollte möglich sein, dass deutsche Lehrer hier die Haltung, die wir doch so wunderbar vor uns hertragen, dort im Unterricht unterrichten können und einfordern können auch von den Schülern, ohne dass sie anschließend Gefahr laufen, dass sie möglicherweise körperlich angegriffen werden. Und das ist Realität in Deutschland. Wir nehmen das alles hin. Da ist schon eine ganze Menge Verantwortung, die einfach immer weiter abgeschoben wird. Und dann wundern wir uns, dass die Lehrer keine Lust haben, die Haltung einzunehmen. In Frankreich sind schon mehrere Lehrer abgestochen worden. Man kann es nicht anders sagen, weil sie versucht haben, diese Haltung an ihre Schüler weiterzureichen. Und ich möchte nicht warten, bis in Deutschland ein Lehrer abgestochen wird, nur weil er sich für Demokratie und Freiheit und Frauenrechte einsetzt. Ja, aber um das mal deutlich zu machen, ich rate nicht zur Kapitulation. Ja, ich habe nicht gesagt, wir sollten kapitulieren. Aber ich mache, das ist gewissermaßen auch die Pflicht eines Generalstabs, ich mache darauf aufmerksam, dass wir den Krieg nicht gewinnen werden. Das ist nicht dasselbe. Man kann auch Kriege führen, die man nicht gewinnen wird, weil ja ein Krieg nicht so ausgehen muss, dass die eine Seite total obsiegt und all ihre Kriegsziele durchsetzt. Kriege können auch so zu Ende gehen, dass die eine Seite ein bestimmtes Gebiet, das kleiner ist als das Gebiet, was sie ursprünglich gehabt hat, behauptet, dort ihre Herrscher festig und andere Gebiete, die eben nicht zu verteidigen waren, verliert. Ich mache darauf aufmerksam, dass wir den Krieg darauf gerichtet, dass wir auf dem ganzen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sozusagen unsere Wertvorstellung durchsetzen werden, gerade was das Verhältnis zu Israel angeht. Den werden wir wohl nicht gewinnen, weil das demografisch nicht zu machen ist. Deswegen sage ich nicht, dass wir sofort kapitulieren. Wir sollten versuchen, uns jedenfalls partiell noch zu behaupten, aber man wird nicht sagen können, wenn man die Lage realistisch einschätzt, dass wir auf dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in 50 Jahren unsere heutigen Auffassungen über Israel, über Palästina, über die Juden werden durchsetzen können, weil es demografisch nicht geht. Wenn man nicht kapitulieren möchte, dann muss man sich behaupten, wie du gesagt hast. Das heißt, man muss sich verteidigen, man muss zu dem stehen, was man ist. Carlos, da möchte ich wieder zu dir kommen, weil ich habe schon die Scham angesprochen. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, die Gesellschaft hier, die Menschen hassen sich selbst. Und ich erkläre auch, wie ich darauf komme. Wenn wir uns den Israel-Palästina-Konflikt angucken, Birgit hat es gesagt, natürlich ist das sehr kompliziert, das ist sehr komplex, da gibt es keine einfachen Antworten. Aber man kann ja erst mal gucken, wenn es da zwei Seiten gibt, gibt es eine Seite, die mich, Gerd Bührmann, so wie ich lebe, töten würde. Und das würde die Seite der Hamas tun. Die haben ein Problem damit, wenn Leute christlich sind oder wenn Leute mal homosexuelle Beziehungen hatten oder wenn Leute kritisch dem Islam gegenüber eingestellt sind. Das heißt, wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, das müssen wir gar nicht. Gibt es eine Seite, die nicht Gerd Bührmann, die Birgit Kelle, die Ulrich Vosgerau, die Carlos AG Bauer im Zweifel töten würde? Israel nicht. Hamas würde das tun. Und ich frage mich, wie sehr muss man sich selbst hassen, dass man im Kopf Verrenkungen, Gedankenspiele anstellt, um darüber hinwegzutäuschen, dass ich eine Seite verteidige, die mich töten will? Da gab es ja im Internet diese Sache, wo ich drüber geschaut war. In London spielte das. In London gab es so eine Mini-Demonstration und da haben dann homosexuelle und queere Personen für Palästina demonstriert. Allen Ernstes. Und ja, die würden sofort aufgehängt, wenn sie denen in die Hände fallen, für die sie demonstriert haben. Das habe ich im Internet gesehen. Carlos. Ja, das zeigt aber letztlich nur wieder den Punkt, dass es an Wissen mangelt. Und wenn ich jetzt mal nur die allerjüngste Vergangenheit für uns hier im Gespräch Revue passieren lasse. Da gibt es in der Ukraine zwischen Russland und der Ukraine einen Krieg. Und man fängt an, als Deutscher sich damit auseinandersetzen zu wollen und die Ursachen dieses Konfliktes erforschen zu wollen. Und kommt nach relativ kurzer Zeit zu dem Punkt, dass alles äußerst kompliziert ist, weil alles eine äußerst komplizierte, lange Genese der Konfliktentstehung hat. Während man gerade darüber verzweifelt, sich dort irgendwie eindenken zu wollen, geht es in Bergkarabach los. Dann schlägt man das nächste Buch auf und versucht herauszufinden, was jetzt eigentlich die Historie und Genese dieses Konfliktes ist. Und dann knallt es auch schon wieder im Gazastreifen zwischen Israel und Palästinenser. Und irgendwann muss ich für mich dann zugeben, kapituliere ich in dem Versuch, das alles in seiner Kleinteiligkeit nachvollziehen zu können, weil ich mir nebenher auch noch den Luxus erlaube, mein eigenes Leben durch Arbeit zu finanzieren und morgens aufstehe, um im Büro zu sitzen und dann im Laufe eines Tages vielleicht ein solches Gespräch wie dieses hier zu führen, um irgendeiner staatsbürgerlichen Verpflichtung nachzukommen oder wie auch immer man das nennen will oder meiner publizistischen Tätigkeit. Aber dann muss ich auch wieder arbeiten, dann kann ich nicht historische Quellen fremder Völker lesen. Worauf ich hinaus will, ist, rechtlich als Jurist sprechend ist es doch die Kernaufgabe und dann auch für die Schule wahrscheinlich, Birgit Kelle, um das Thema aufzunehmen, die Aufgabe, dass wir uns den Kernbestand eines zivilisatorischen Miteinanders bewusst machen und dass man sagt, du sollst nicht töten, du sollst den anderen nicht bestehlen, du sollst dich an die zehn Gebote halten und du sollst, wenn ich deinen Gott respektiere, bitte auch umgekehrt meinen Gott respektieren, tu quo quo und Reziprozität der Auffassungen und ein solches Leben kann man dann miteinander leben und nebeneinander leben, indem man den anderen respektiert und indem man in Gottes Namen Immanuel Kant zitiert und sagt, du machst deins und ich mache meins in etwas komplizierterer Formulierung und genau das scheint mir in unserer heutigen Gesellschaft verloren gegangen zu sein, weil viel zu viele Menschen, das sage ich jetzt als puristischer Liberaler, weil viel zu viele Menschen in der Vorstellung leben, dass die Welt nur dann gut ist, wenn alle anderen das tun, was ich ihnen sage, was sie zu tun haben. Lasst euch doch gegenseitig einfach in Ruhe. Lasst euch in Frieden, lasst den anderen so leben, wie er das möchte und wenn alle das tun, das mag eine kleine Jungensfantasie sein, aber wenn alle das tun, sich gegenseitig in Ruhe lassen, den anderen sein Leben leben lassen und dort friedlich miteinander kooperieren, wo es notwendig ist, dann werden wir alle unsere natürlichen Probleme, die wir im Leben haben und unsere Mangelerscheinungen überwinden können. Aber diese Idee, dem anderen immer vorgeben zu müssen, was er für Pronomen verwendet oder womit er sich beschäftigt, was dein Eingangsstatement war, Gerd, heute, dem anderen Vorgaben zu machen, wie er sich zu verhalten hat, dieses Leben durch den anderen und durch die anderen, statt auf sich selber zu gucken und dann mit anderen freundlich zu kooperieren, das scheint mir ein riesengroßes Problem und da bleibe ich mal nur in Deutschland und mache es mir gar nicht an, in andere Gesellschaften hineinzubringen. Ich würde noch einen Aspekt gerne reinbringen, weil natürlich, Carlos Gebauer, natürlich hast du recht, dass es viele sich aus diesen Debattenrauben, also schon längst verabschiedet haben, weil es eben kompliziert ist und eben, weil wir auch alle eben in der Tat den ganzen Tag auch andere Verpflichtungen haben. Nun müssen wir allerdings im politischen Raum jedenfalls erwarten, dass dort unsere gewählten Vertreter sich auseinandersetzen und auch in dem Moment, wo ja auch von Deutschland als Land, als Nation Solidarität, Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung einverlangt wird von verschiedensten, auch Kriegsparteien, wir letztendlich natürlich gezwungen sind, auch als Land uns auf eine Seite zu schlagen oder eben keine Seite oder uns auf keine Seite zu schlagen. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, Hilfe, auch finanzielle Hilfe zu leisten, müssen wir ja auch verantworten, was mit diesem Geld passiert. Und hier kommen wir natürlich eben gerade auch, was den Israel-Gaza-Konflikt angeht, an einen Punkt, wo man jetzt offen sieht, dass wir zwar sehr, sehr viel finanzielle Hilfe leisten in dieser Region, immer unter dem Label humanitäre Hilfe und Aufbauhilfen und was wir sonst in schöne Worte verwenden und jetzt eben realisieren, dass in einem Landstrich wie dem Gaza zwar inzwischen 8 Milliarden von der EU oder 8,5 Milliarden ist, glaube ich, die aktuelle Zahl von der EU bereits geflossen sind. Allein aus Deutschland ist eine Milliarde Euro bereits in den Gazastreifen geflossen. Und wir sehen, dass in diesem Landstrich damit allerdings keine Gesellschaft aufgebaut wird von einer palästinensischen Autonomiebehörde, sondern dass man vor allen Dingen damit beschäftigt ist, das Land zu unterdunneln. Und aus diesen Geldern in irgendeiner Form jedenfalls ist genug Geld da, um Waffen zu finanzieren, um Militäre auszubilden, um Raketen zu fertigen und so weiter. Während man jetzt so tut, als sei quasi Israel verpflichtet, die Kriegspartei Gaza mit Wasser und Lebensmitteln aus humanitären Gründen zu versorgen, weil ja angeblich dort alles nicht vorherrscht. Wenn so viel Geld auch von uns dorthin fließt, haben wir auch eine Verantwortung, was mit diesem Geld passiert. Und dann würde ich auch erwarten, dass sowohl die Gelder der EU als auch die Gelder aus Deutschland müssen jetzt einer Prüfung unterzogen werden, damit wir uns auch nicht schuldig machen, hier in irgendeiner Form tatsächlich den Terror der Hamas zu finanzieren. Denn, und das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, sondern wir wissen, dass ja sehr, sehr viele Hinweise, glaubwürdige Hinweise es gibt, dass diese Gelder eben versickern, was ja auch nicht verwunderlich ist angesichts der Regierung, die in Gaza das Sagen hat. Das heißt, hier machen wir uns ja zur Partei und können uns, finde ich, nicht rausreden und sagen, ja, das haben wir alles nicht gewusst, was mit unserem Geld passiert. Wir sehen jetzt recht offensichtlich, wozu man im Gazastreifen in der Lage ist und wozu nicht. Nämlich man versorgt die eigene Bevölkerung nicht ausreichend, aber man ist bewaffnet bis an die Zähne. So, wenn man dafür Geld hat, hätte man auch Geld für etwas anderes. Und hier erwarte ich jetzt einfach Konsequenzen. Ich habe keine Lust weiterhin von meinem hart erarbeiteten Geld und von meinen Steuern, die ich gezwungen bin zu zahlen, diesen Terror mit zu finanzieren oder gar jetzt die ersten Überlegungen kommen, ob wir nicht Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen. Während Ägypten, das Nachbarland sagt, auf gar keinen Fall auf unser Gebiet, während all die arabischen Helferstaaten keinen einzigen Flüchtling aus Gaza gerade aufnehmen, da denke ich mal, okay, dann fragt doch mal eure arabischen Freunde. Ich sehe weder die EU noch Deutschland hier in der Pflicht, auch nur eine einzige Person aus dem Gazastreifen aufzunehmen. Da sind genug Anrainerstaaten, die doch so brennend daran interessiert sind, den Menschen in Gaza zu helfen. Dann bitte los geht's. Die Ägypter kennen die Palästinenser besser. Das sind ja ihre Cousins und deswegen machen sich da keine Illusionen. Aber ich würde, liebe Birgit Kelle, ich würde gar nichts irgendeiner Prüfung unterziehen, sondern ich würde alles stoppen. Ja, und wenn die in zehn Jahren Gebauer haben wollen, dann sollte die bewahrt sein, dass das nicht bei den Terroristen landet. Noch eine Anmerkung zu Carlos Gebauer. Es ist ja gar kein großer Anlass eigentlich für Pessimismus über die Menschheit. Also, wenn wir uns in großer Zahl Buddhisten und Taoisten und Japaner nach Deutschland geholt hätten, dann würden die auch durchaus Parallelgesellschaften bilden, aber das würde gar nicht weiter störend auffallen. Gerade wo Sie zu Hause sind, in Düsseldorf, gibt es ja eine riesige oder jedenfalls erstaunlich große japanische Parallelgesellschaft, die niemanden stört. Die Japaner wollen natürlich auch Japaner bleiben, wollen keine Deutschen werden. Die sind auf ihre Art immer noch radikale Nationalisten, was aber interessanterweise ganz angenehm ist. Wir lernen ja immer in der Schule, eine kleine Spitze wieder gegen Birgit Kelle, wir lernen ja immer in der Schule, Nationalismus sei ganz schlecht, weil man da alle paar Jahre in Frankreich einmarschiert. Bei den Japanern sieht man, wie angenehm radikaler Nationalismus unter Umständen sein kann. Ein Japaner würde nämlich nie auf den Gedanken kommen, zu sagen, dieser Deutsche, der muss doch eigentlich Shintoist sein, weil Shintoismus der wahre Glaube ist. Sondern jeder Japaner würde sagen, der könnte niemals Shintoist werden, weil er ist ja gar kein Japaner, also brauchen wir das nicht an ihn heranzutragen. Es kann ja sehr angenehm sein, wenn die Leute unter sich bleiben wollen und ansonsten die anderen in den Urlaub lassen. Aber wir haben uns jetzt ausgerechnet die Muslime ausgesucht als größte Einwanderungsgruppe und das war strategisch die ganz falsche Entscheidung. Da hätte man wohl vorher überlegen müssen. Ach. Ich habe am Anfang die Doppelmoral angesprochen. Es gibt noch andere Werte und Normen, wo wir eine unfassbare Doppelmoral haben. Carlos, das nächste Thema, ich möchte darüber sprechen, was in den letzten drei Jahren bei Corona möglich war, weil da erleben wir auch eine unglaubliche Doppelmoral. Wir haben auf der einen Seite jahrelang den Kampf gehabt, mein Bauch gehört mir, dass Frauen sagen konnten, ich entscheide, wie ich mit meiner Schwangerschaft umgehe. Mein Bauch gehört mir und dann kam Impfpflicht. Und auf einmal gehörte der Bauch dann doch nicht mehr ihr. Dann gehörte der ganze Körper nicht mehr ihr. Wie kann ich in einer Gesellschaft leben, die auf der einen Seite sagt, körperliche Unversehrtheit, aber dann ernsthaft über Impfpflicht nachgedacht hat? Wie kriegen wir diese Doppelmoral zusammen? Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage und das ist eine Frage, die mich seit zwei Jahren extrem umtreibt. Genau aus diesem Wertungswiderspruch, Birgit Keller hatte ja auch unser Gespräch heute unter anderem mit diesem Bild eröffnet, dass Frauenrechte lange propagiert worden sind und jetzt plötzlich in Vergessenheit geraten. Nichts anderes ist es dort, nachdem die Gesellschaft in meiner Beobachtung an dem Punkt war, zu respektieren, dass Frauen selber darüber bestimmen dürfen, mit wem sie Geschlechtsverkehr haben oder nicht. Nachdem das sozusagen der Drops gelutscht war und das Thema abgehakt schien, ist plötzlich die Körperautonomie nicht nur bei Frauen, sondern bei Frauen und Männern weit aus dem sexuellen Bereich herausgerückt und ist insgesamt auch in den infektiologischen Bereich gegangen. Das ist alles an Selbstwidersprüchen praktisch nicht zu überbieten und selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dass der Einzelne sich durch Nichtimpfungen zu einer gefährlichen Waffe seiner Gesellschaft gegenüber macht, auch das Thema war ja relativ schnell klar, als klar war, dass es keine sterile Immunität durch eine Impfung gibt und trotzdem wurde lustig weiter propagiert. Wir bewegen uns da in einem Netz von Irrsinn und in einem Netz von Widersprüchen, das, glaube ich, von einem großen Teil unserer Bevölkerung wieder jetzt aktuell auch nur mit Verdrängung beantwortet wird, dass man es gar nicht wissen will. Ich habe, glaube ich, heute Morgen noch irgendwo im Radio gehört, dass jemand sagte, wir fassen das Thema gar nicht mehr an, Corona ist jetzt vorbei und wir müssen den Blick nach vorne richten. Nein, wir müssen ihn nicht nach vorne richten. Wir müssen ihn in uns selber richten und auf uns selbst und uns die Frage stellen, wie wollen wir hier miteinander umgehen? Und das ist ja genau dasselbe Thema, wenn ich jemandem zur Impfung verpflichte, dass ich ihn wieder aufnötige, sich so zu verhalten, wie ich glaube, dass das für ihn richtig ist. Dieses, den anderen zum richtigen Verhalten zu nötigen, zu zwingen, zu nudgen, ist schlechterdings unerträglich. Und es ist nicht nur gewaltsam unerträglich, sondern es ist auch psychisch, mit wie es kompulsiver, wie der Jurist das nennt, mit psychischer Gewalt, mit psychischem Zwang, schlicht unerträglich. Ich habe gerade gelernt, an der Universität Erfurt gibt es ernsthaft einen Lehrstuhl einer Psychologin, ich glaube, Cornelia Beetsch heißt sie, die beschäftigen sich damit, wie man mit psychologischen Manipulationsmethoden Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, doch zur Impfung bewegt. Und das Ganze wird augenscheinlich von der Europäischen Union mit Millionenbeträgen gefördert. Und ich habe mir als Medizinrechtler die Frage gestellt, wie legitim ist das eigentlich, wenn der Staat Gelder dafür einsetzt oder auch als supranationale Union Gelder dafür einsetzt, Menschen ihre freie Willensbestimmung, die Bildung des Autonomiegedankens über den eigenen Körper auszutreiben per Nudging und per irgendeiner Public Opinion Herstellung, das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Das ist doch letztlich nichts anderes, als hohe Gewalt anzuwenden, wenn ich jetzt mit psychologischen Manipulationsmethoden an diese Sache rangehe. Und dann komme ich wieder zu meinem Punkt, dass ich sage, Reduktion auf die wesentlichen Prinzipien, andere in Ruhe lassen, andere so leben lassen, wie sie wollen. Aber sie leben lassen, das muss die Linie sein. Das ist der einzige Weg, sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen, glaube ich. Carlos, weil du gerade die zehn Gebote angesprochen hattest und auch du sollst nicht töten. Das ist ja eine nicht ganz korrekte Übersetzung, weil im hebräischen Original steht, du sollst nicht morden. Und der Unterschied ist ganz wichtig, weil es gibt Möglichkeiten und auch Gründe zu töten. Erstmal, man kann ja nicht nur Menschen töten, man kann Tiere töten, man kann Pflanzen töten. Und natürlich, wenn jemand versucht, dich zu morden, dann kannst du auch Menschen töten. Das ist es ja, womit wir uns auseinandersetzen müssen, mit der Verantwortung, die wir haben, wenn wir in eine Situation hineingeworfen werden, an der wir keine Schuld tragen, wenn wir uns im Krieg befinden, wenn wir nicht sicher leben können, weil der böse Nachbar uns weghaben möchte. Was dürfen wir dann tun? Und wie weit dürfen wir dann gehen? Wir leben halt in einer Welt, in der getötet wird. Und deswegen, wo ist der Unterschied zwischen Morden und Töten? Was können wir tun? Und ist Töten vielleicht ab und an gerechtfertigt? Und das ist eben die große Frage jetzt auch im Israel-Palästina-Konflikt. Darum geht es. Du sprichst ein großes Thema an. Mord ist immer die besonders perfide und verabscheuernswürdige Tötung eines anderen, wohingegen die nur, in Anführungszeichen, Tötung eines anderen legitim sein kann, gerechtfertigt sein kann, wenn sie beispielsweise in Notwehr geschieht. Das ist das, was Juristen mit den negativen Tatbestandsmerkmalen beschreiben, dass sie sagen, da ist zwar ein Tatbestand erfüllt, aber es gibt weitere Elemente in der Betrachtung des Ganzen, die das Ganze einer anderen dann auch moralischen Wertung zuführen. Natürlich ist es legitim, sich gegen einen Angriff selbst zu verteidigen. Und wenn dabei ein anderer zu Tode kommt, der mir nach dem Leben getrachtet hat, dann bin ich in der Notwehrsituation gerechtfertigt. Dann ist das unjuristisch gesprochen okay. Das allerdings wieder herauszufinden, wer ist hier der Angreifer und wer ist der, der sich verteidigt? Wie verteidigt er sich angemessen? Das ist in der Bibel-Exegese für Theologen spannend zu subsumieren und das ist für uns Juristen natürlich die Ursache, warum wir mitten in den Städten große Gebäude haben, die Gerichte heißen und wo all diese Fragen versucht werden zu klären, wenn es gut geht. Alles völlig klar, aber dieses Prinzip, du sollst den anderen am Leben lassen, um es jetzt mal so zu formulieren, das gilt ja dann für beide, in beide Richtungen und dann hat mir niemand nach dem Leben zu trachten und ich habe niemand nach dem Leben zu trachten und wenn wir uns an diesem Dekalog halten, der ja auch über die Religionen hinaus, in mehreren Religionen überall, fast identisch formuliert ist, dann gibt es ja kein Konfliktpotenzial. Man muss sich nur anständig und zurückhaltend und respektvoll, nur respektvoll verhalten, dann kommt man weiter. Ich denke, wenn man das vielleicht mal versucht zu übertragen auf die Situation, die im Moment sich in Israel im Verhältnis zum Gaza-Streifen stellt, wo ja eben die Debatten jetzt schon losgehen, wir wissen, wir erwarten natürlich alle zivile Tode, auch im Gaza-Streifen, was unvermeidlich sein wird. Der Unterschied, finde ich, zwischen der Frage, darf ich töten oder darf ich nicht töten, was es könnte ein legitimes in Anführungsstrichen töten sein, ist für mich in diesem Konflikt, dass die Palästinenser in Israel eingefallen sind in der Nacht mit dem einzigen Ziel, Zivilisten zu töten, sie abzuschlachten, sie im Schlaf zu überraschen, Kinder, Frauen, Alte zu entführen, nur um sie als Druckmittel zu verwenden, auf einem Musikfestival mit Paraglidern zu landen, einfach nur um die jungen Menschen niederzumetteln und um des Tötenswillens, einfach weil man sie ermorden will. Und der Unterschied ist für mich, wenn Israel jetzt Flugblätter schmeißt über Nordgaza und die Menschen dazu auffordert, bitte dieses Gebiet zu verlassen, weil sie gewarnt werden, weil man hier nämlich bombardieren wird, weil sich bekanntermaßen unter sehr vielen zivilen Häusern die Führung der Hamas versteckt, weil man unter Schulen, Krankenhäusern und so weiter militärische Anlagen weiß, das ist für mich der Unterschied, dass man sagt, wir sind angegriffen worden als Land, sagt Israel, und wir müssen uns verteidigen und wir versuchen, soweit es in unserer Macht steht, zivile Opfer auf der Gegenseite sogar zu vermeiden und warnen unsere Feinde sogar vor unseren Angriffen. Das ist das, was die Hamas eben nicht tut. Sie mordet um der reinen Lust am Töten von Juden und das ist der Unterschied. Und insofern, niemand kann einem Land vorwerfen, dass es sich verteidigt. Die Frage, ob ich dabei grausam gegen Zivilisten sein muss, das macht für mich den Unterschied aus, ob ich sage, ich muss leider in Kauf nehmen, dass es zivile Opfer geben wird und die Israelis versuchen, zivile Opfer auch in ihrer eigenen Seite zu vermeiden. Sie schützen, versuchen ihre Zivilisten zu schützen, während die Hamas ganz gezielt Zivilisten als Schutzschilde für Terrorkämpfer benutzt. Die missbrauchen ihre eigene Bevölkerung, ihre Kinder als Schutzschilde. Und das sind für mich diese wesentlichen Unterschiede, die man hier sehr, sehr einfach darstellen kann in den hier beteiligten Kriegsparteien, wie damit umgegangen wird mit Menschenleben, was es wert ist, was uns unsere eigenen Kinder wert sind. Und da kann ich nur sagen, sind mir die Juden lieber, die ihre Kinder schützen, während die Palästinenser ihre Kinder als Schutzschilde missbrauchen und im Zweifel niedermetzeln lassen, nur um sie als vermeintliche Opfer zur Schau zu stellen. Das ist der Unterschied in diesen beiden Parteien für mich. Golda Meir hat mal diesen berühmten Satz gesagt, wir können den Arabern vergeben, vielleicht vergeben, dass sie unsere Kinder getötet haben. Wir können ihn aber niemals vergeben, dass sie uns gezwungen haben, ihre Kinder töten zu müssen. Und Frieden wird erst kommen, wenn sie ihre Kinder mehr lieben, als sie uns hassen. Und deswegen, Ulrich, wie kannst du dir, also wir können uns das doch alle nicht vorstellen, wie das ist, wenn mein Leben davon abhängig ist, dass ich nur leben kann, wenn ich so einen Krieg führen muss, wie Israel ihn gerade führt. Stell dir mal vor, dein Leben ist davon abhängig, dass du eine Schule bombardieren musst, weil darunter Waffen gelagert sind, die da gelagert sind, um dich zu töten und um die Verfassung der Hamas, die Gründungskarte durchzusetzen, in der in verschiedenen Artikeln steht, dass Israel vernichtet und das jüdische Volk weltweit ausgelöscht werden soll. Mit so einem Hass konfrontiert zu sein, wie muss es sich anfühlen, nur leben zu können, wenn man das tun muss, was Israel gerade tut? Es ist das Dogma, dass Boden, der irgendwann mal islamisch besetzt war, islamisch erobert worden ist, eben für alle Zeiten islamisch bleiben muss und dass es absolut nicht hinnehmbar ist, dass der mal nicht islamisch wird. Und das ist eben eine normative Vorstellung, die außerordentlich stark dort da ist und man muss eben sehen, dass das Menschenleben, selbst das der eigenen Kinder, nicht so hoch bewertet wird, selbst in der Bibel gibt es ja eine Stelle, die mich schon als Kind immer fürchterlich frappiert hat, das konnte ich gar nicht verstehen, nämlich in der Geschichte von Hiob, ja, ich glaube, die Katholiken sagen Hiob, bei uns heißt der Hiob, wo der also diese schrecklichen Leiden erleiden muss, um seine Glaubensfestigkeit zu testen. Dazu gehört dann gleich als erstes, dass seine zwölf Söhne, ich glaube, unter einer Sanddüne, verschüttet werden. Aber nachdem Gott ihn dann eben wieder herstellt, ja, nachdem seine Treue sich erwiesen hat, steht dann in der Bibel ganz lakonisch, ja, er kriegte dann zwölf neue Söhne, ja, und damit war es dann erledigt. Das ist natürlich eine Herangehensweise, die die wahrscheinlich bis heute haben. Noch im Anschluss an Carlos Gebauer würde ich gerne noch ergänzen, wir können ja in der Tat wiederum im Sinne des Realitätsprinzips überhaupt nicht leugnen, dass wir längst schon in einer gelenkten Demokratie leben. Also diese Bezeichnung, die die Presse immer für Putin erfunden hat, auch wir sind eine gelenkte Demokratie. Das fängt an mit den über acht Milliarden Euro für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo dann neutrale Experten zu Wert kommen, die dann grünen Aktivisten sind und Passanten interviewt werden, die dann grünen Kommunalpolitiker sind. Das sind dann die über 200 Millionen Euro, die im Rahmen dieses Demokratieförderungsgesetzes an linke Organisationen verteilt werden. Und gerade jetzt in der letzten Woche hatte ich wieder intensiv zu tun mit dem Problem der Förderung von parteinahen Stiftungen, wo ja die Stiftungen der im Bundestag vertretenen Parteien 700 Millionen Euro im Jahr 2023 unter sich verteilen. Also die Parteienfinanzierung ist nur 200 Millionen Euro, aber die Stiftungsfinanzierung, das sind 700 Millionen Euro. Das ist ja so ein Sicherheitsnetz für die Parteien, die machen Milieupflege. Nur eben die Esiderius-Erasmus-Stiftung bekommt nach wie vor gar nichts, weil sie eben AfD-nah ist. Und nun hatte ich im Februar, wenn ich das mal eitlerweise einfließen lassen darf, einen sehr wichtigen Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen, wo das Gericht festgestellt hat, dass das so nicht weitergehen kann, dass die das so nicht einfach machen können. Und jetzt hat sich in der letzten Woche gezeigt, dass der Deutsche Bundestag, die Mehrheit im Deutschen Bundestag, ganz einfach die bisherige Förderpraxis als Gesetz beschließen. Die schreiben dann Stiftungsförderungsgesetz drüber, aber es geht alles so weiter wie bisher. Es ist eine gelenkte Demokratie. Und der Wähler, das heißt jetzt dieses Demokratieförderungsgesetz, der Wähler kann also durch Wahlerfolg, dadurch, dass er zum Beispiel die AfD wählt, kann er überhaupt nichts dafür tun, dass die Stiftung auch Geld bekommt, weil dieses Kriterium ist ja gerade ausgeschaltet worden. Ja, das ist also natürlich gelenkte Demokratie, wenn es überhaupt noch eine Demokratie ist. Da du die AfD angesprochen hast, es gab ja auch eine Wahl in zwei Bundesländern während des Wochenendes, wo es den Anschlag in Israel gab, nämlich in Bayern und in Hessen. Und in beiden Bundesländern hat die AfD zugelegt. In Hessen wurde sie zweitstärkste Partei, in Bayern wurde sie drittstärkste Partei. Wir wissen durch Umfragen, dass um die 20 Prozent mittlerweile deutschlandweit sich vorstellen können, die AfD zu wählen. Das ist jede fünfte Person. Das heißt, jeder Mensch in Deutschland wird Familienmitglieder, Freunde, Bekannte haben, die die AfD wählen. Und uns wird eingeredet, dass das Rechtsextreme sind, von denen man sich zu distanzieren habe. Und dann fanden aber Demonstrationen in Deutschland statt, wo das Morden vom 7. Oktober gefeiert wurde auf den Straßen. Da wurden Süßigkeiten verteilt. Aber schon seit Jahren wird auf deutschen Straßen Jude, Jude, feiges Schwein, komm her raus und kämpf allein gebrüllt. Das war 2014 in Berlin. Oder Scheißjuden wurde vor der Synagoge in Gelsenkirchen gerufen vor ein paar Jahren. Immer wieder haben wir diese massiven, antisemitischen, judenfeindlichen Ausschreitungen. Dann gibt es sexistische, frauenfeindliche Ausschreitungen in Schwimmbädern. Es gibt die Silvesternacht von Köln. Es gab die verschiedenen Silvesternächte in den letzten Jahren. Und uns wird ernsthaft eingeredet, die AfD sei das Problem. Bin ich einfach nur naiv? Oder was ist da los? Wenn man das Parteiprogramm der AfD liest und dann liest man den Koran. Ich weiß, vor welcher Schrift ich etwas mehr Angst habe. Und welche Schrift im Zweifel die Leute mehr motiviert, boshafte Taten zu begehen. Weil wenn man sich von der AfD abwendet, wenn jemand bei der nächsten Wahl die AfD nicht mehr wählt, passiert nichts. Wenn jemand sagt, ach, den Koran, den wähle ich nicht mehr als Buch meines Lebens, dann bist du aber weg vom Fenster. Da wird eine Fatwa ausgerufen und dann wirst du gekillt. Kann mir bitte mal jemand sagen, wo diese Doppelmoral herkommt? Und gerade die Juden in Deutschland sind vielfach besonders treue AfD-Wähler. Auch wenn das der Zentralrat der Juden in Deutschland besonders ungern hört. Aber mein Freund Arthur Abramowitsch, der Chef der Juden in der AfD, der könnte das bestätigen. Und eine Motivation, warum wirklich auffällig viele Juden in Deutschland AfD wählen, es sind quasi mehr, prozentual mehr Juden als Polizisten, was die Treue angeht, liegt eben daran, dass die den Eindruck haben, dass die AfD ein relativ realistisches Bild über das Zusammenleben von Deutschen mit arabischstämmigen Leuten oder sonstigen islamischen Leuten eben hat und vor allem auch eine gute Israel- und Palästina-Politik treibt. Ich kann eins sagen, nämlich, dass die AfD-Leute, insbesondere in der Bundestagsfraktion, wirklich darunter leiden, wie die Hunde leiden die teilweise, dass sie in Israel ja offiziell nicht empfangen werden. Ich bin sicher, das haben sich die Israelis nicht selber ausgedacht, sondern die haben einen Hint von der Bundesregierung bekommen, dass man im Sinne der guten diplomatischen Zusammenarbeit doch bitte davon absehen wollte. Darunter leiden die wirklich, weil die wirklich kompromisslos in der Regel auf der Seite Israels stehen. Noch viel kompromissloser als die Unionsleute, die sich zwar immer lebhaft zu Israel bekennen, damit sie keinen Ärger mit der Springerpresse kriegen, aber natürlich dann solche Dinge, wie massive Entwicklungshilfe für den Gaza-Streifen, für Palästina, die eben doch befürworten. Darunter leiden die wirklich. Ich denke, dass die Erfolge der AfD immer deutlicher einfach das Versagen auch der anderen etablierten Parteien einfach nur endlich zeigt. Weil ich erlebe das auch übrigens, dass ich mit Menschen im Gespräch plötzlich, dass mir Leute sehr freimütig plötzlich erzählen, dass sie AfD wählen, dass sie das gut finden. Was war noch vor ein paar Jahren überhaupt nicht so, da haben die Leute heimlich AfD gewählt. Inzwischen hat sich das verändert, aber sie wählen das offen. Und das sind Leute, von denen ich das teilweise selber nicht einmal ansatzweise vermutet hätte. Und die Erklärung ist eben nicht, dass wir plötzlich 20 bis 30 Prozent Rechtsradikale in Deutschland haben, sondern wir haben einfach einen zunehmenden Bevölkerungsanteil, der sagt, ich möchte einen politischen Wechsel haben und der weiß, den bekomme ich nicht, wenn ich die Grünen wähle, den bekomme ich nicht, wenn ich die FDP wähle, den bekomme ich nicht, wenn ich die SPD wähle und den bekomme ich leider eben zunehmend auch nicht, wenn ich die CDU wähle. Dadurch, dass die CDU in so vielen Koalitionen mit den Grünen steckt, ist sie handzahm geworden in all diesen Thematiken. Wir dürfen nicht vergessen, die CDU hat den Atomausstieg einst beschlossen, um ihn nicht den Grünen zu schenken. Wir dürfen nicht vergessen, Angela Merkel hat die Grenzen geöffnet und die CDU hat das alles mit zu verantworten. Sie können sich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, haben wir nichts mit zu tun, böse Ampelregierung, sondern man hat das alles mitgetragen und das wissen die Leute. Die Leute sind nicht blöd und deswegen ist dieser Zuwachs bei der AfD so einfach erklärbar, dass die Leute wollen das alles nicht. Sie wollen eine andere Politik und wenn die CDU klug wäre, dann würde sie endlich eine Aufarbeitung ihrer eigenen Fehlentscheidungen machen und sagen, Schluss drunter, Strich drunter, wir müssen jetzt endlich uns der Realität stellen, auch wenn wir sie zum Teil mitverantwortet haben, aber jetzt ist die Zeit, richtig zu handeln. Also, dass man Fehler zugeben kann, halte ich für eine politische Größe, nicht für ein Problem. Die Leute werden so lange weiter AfD wählen oder in Bayern eben auch freie Wähler wählen, da hat man eine Alternative, solange sich nichts verändert in diesem Land und der Druck steigt. Also insofern ist es eigentlich einfach nur ein klassisches Versagen der etablierten Parteien, die gedacht haben, sie könnten verhindern, dass Menschen anders wählen, indem sie sie nur lang genug beschimpfen. Darf ich eine rasante These in den Raum stellen? Die geht wie folgt. Die AfD ist eine Partei, die von allen übrigen Parteien einheitlich abgelehnt wird. Ich frage mich, wo stünde die AfD heute mit ihren Prozenten? Wäre sie nicht in dieser Position der absoluten Ablehnung aller anderen demokratisch gewählten Parteien, sondern wäre sie behandelt worden von Beginn an so wie die Grünen oder die Linken, die dann irgendwann später hinzugetreten sind? Ich glaube, man kann gar nicht unterschätzen die Bedeutung, die die AfD alleine dadurch erfährt, dass sie immer so, wie sagt man im Arbeitsrecht, gemobbt wird. Und dieses Mobbing der AfD führt dazu, dass sie ein bestimmtes Standing im Konzert der Parteien hat. Und viele, die mit der etablierten Politik nicht einverstanden sind, gehen alleine deswegen zur AfD, weil sie in ihr die einzige Möglichkeit sehen, auszusteigen, wie Birgit Keller das gerade gesagt hat, aus der Alternativlosigkeit des übrigen Wahlangebotes. Und mir ist aufgefallen, ich bin ja nun selber FDP-Mitglied und beziehe als solcher so ein Heft, das heißt Liberal. Und dort wird in der aktuellen Ausgabe seitenweise thematisiert, wie furchtbar die AfD ist und wie sehr man sich richtigerweise von ihr zu distanzieren habe. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob es wohl irgendwo sonst in der politischen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland schon mal eine Parteizeitung gegeben hat, den Vorwärts vielleicht von der SPD, wo seitenweise prominent erklärt worden ist, warum die Grünen oder die CDU oder die CSU nichts taugen und warum man sich genau von dieser einen Partei abgrenzen muss, statt zu unterstreichen, dass man selbst die beste Politik macht. Vielleicht ist das ein selbstgemachtes Problem. Und jetzt kommt meine steile These. Viele der etablierten Parteien, vielleicht alle etablierten Parteien, sind sich dessen bewusst, dass sie dieses Land in eine ganz, ganz üble Situation manövriert haben. Und sie wollen jetzt einen Exit gerne vorbereiten und sagen, wenn demnächst die AfD den Bundeskanzler stellt und das Land liegt in Trümmern, dann muss man sagen, die sind schuld. Carlos, wenn man selber keine Werte hat, braucht man einen Feind, um sich irgendwie zu definieren. Das Deutsche Reich wurde 1870, 1871 gegründet, weil man den Erzfeind Frankreich hervorholen konnte. Immer dann, wenn man selber nicht weiß, wer man ist, braucht man einen Feind. Und vielleicht ist das unser Problem, dass wir wirklich nicht wissen, was unsere Werte sind. Die Frage vom Anfang. Was sind unsere Werte? Woran glauben wir? Das müssen wir endlich definieren, damit keiner mehr Angst vor uns haben muss, dass wir ihn als nächsten Feind aussuchen, weil wir nicht wissen, wer wir sind. Ich mache Werbung für Oscar Wilde. Selbstverliebtheit ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Ich glaube, wir brauchen nicht Werte, lieber Gerd, sondern wir brauchen Realpolitik, weil ehrlich gesagt, dieses Gerede über Werte und wofür wir stehen, das sind ja auch theoretische Sätze, die eben immer in die praktische Politik umgesetzt werden müssen. Damit sind wir quasi vom Anfang dieses Gesprächs am Ende wieder an der gleichen Stelle. Nämlich die Frage eben, was bedeutet es real umgesetzt, dass ich sage, wir leben in einem freien Land? Was bedeutet das konkret? Und solange wir das nicht in der Lage sind, in Realpolitik tatsächlich überzeugend zu übersetzen, müssen wir überhaupt nicht über Werte schwafeln. Wir haben diese Wertedebatte, wird immer dann rausgeholt, wenn man eigentlich vernebeln möchte, dass man konkret etwas völlig anderes tut, als das, worüber man redet. So, insofern, ich denke, es ist die Zeit gekommen, dass wir endlich Realpolitik machen und uns eben nicht mehr hinter diesen Phrasen verstecken. Unsere Werte haben wir schon lange geklärt. Da kann man einfach nachlesen, aber die Umsetzung, das ist das, was jetzt diese Stunde schlägt jetzt. Ja, ich finde die Diagnose ja gar nicht so schlecht. Ich würde allerdings, ich würde mich an einem geschichtlichen Bezug stören. Das Deutsche Reich ist nicht gegründet worden, aber man hat nicht die Frankreich-Feindschaft erfunden, um das Deutsche Reich zu gründen. Sondern die deutsch-französische Beziehung sah so aus, dass die Franzosen ja seit dem Hochmittelalter, seit Philipp den Schönen, einen zentral organisierten Nationalstaat hatten, mit dem sie eben Machtpolitik treiben konnten. Und in dieser Funktion sind sie immer wieder sehr rücksichtslos mit der deutschen Zivilbevölkerung umgegangen. Im Dreißigjährigen Krieg, erst recht im Pfälzer Erbfolgekrieg. Man hat, die Franzosen haben die deutsche Bevölkerung als rechtlos behandelt, weil sie wehrlos war. Und sie war wehrlos, weil sie keinen Staat hatte. Und auch deswegen gab es diese starke Sehnsucht nach der Gründung des Reiches, die ja schon die Freiheitskriege 1813 befügelt hatte. Und da wurden die Leute dann betrogen. Also den geschichtlichen Bezug würde ich nicht mitmachen, aber ansonsten ist durchaus was dran. In ein paar Tagen werdet ihr drei euch wieder treffen. Denn, Carlos, du bist stellvertretender Vorsitzender der Hayek-Gesellschaft. Und am 26. Oktober werdet ihr euch zusammen mit anderen Leuten in Berlin treffen. Und zwar unter dem Thema Kipppunkte für die offene Gesellschaft, Gefahren für Wohlstand, Freiheit und Rechtsstaat. Und kann man da noch hingehen? Also sind noch Plätze frei? Könnte man sich theoretisch die Debatte anschauen? Ich glaube, man kann sich theoretisch und viel besser noch praktisch die Debatte anschauen. Und man kann sich auch auch an ihr beteiligen. Ich werde auch ein Board moderieren. Es wird Gelegenheit bestehen, ergänzende Fragen zu stellen. In den Kaffeepausen hat man immer Gelegenheit, auch mit den Referenten unmittelbar ins Gespräch zu kommen. Und ich sage es ungerne, aber die Hayek-Gesellschaft ist einer der wichtigsten Thinktanks der Republik, um das Denken dieses Landes in eine gute Richtung voranzutreiben. und jeder ist herzlich willkommen, was die Kapazität des Veranstaltungsortes hergibt, uns zu besuchen. Und es wird eine großartige Veranstaltung. Wir haben sehr kluge Menschen eingeladen. Informationen kann man bekommen auf der Seite der Hayek-Gesellschaft hayek.de Hayek schreibt sich h-a-y-e-k.de Jetzt noch mal kurz die Frage für all die, die Hayek nicht kennen sollten. Und es gibt viele, die ihn nicht kennen. Ich verstehe es nicht. Er ist einer unserer größten Philosophen. Was zeichnet deiner Meinung nach den wunderbaren Hayek aus, den Friedrich August von Hayek? Friedrich August von Hayek wird in der Regel apostrophiert als Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften. Das ist sozusagen einer seiner Höhepunkte der Karriere gewesen. Als er den Preis bekommen hat, war der auch noch richtig was wert. Also damals hat den nicht irgendjemand bekommen, sondern das war damals eine echte Auszeichnung. Und im Wesentlichen, was mich an Friedrich August von Hayek so begeistert, ist seine völlig klare, liberale Auffassung davon, wie Menschen zusammenleben sollen, dass sie freiwillig zusammenleben sollen, dass sie Eigentum des Anderen respektieren sollen, dass sie keine Gewalt natürlich gegeneinander ausüben sollen und dass eine Gesellschaft im Konsens der Beteiligten, in einem millionenfachen, dezentralen Konsens der Beteiligten freiwillig am besten und am gedeihlichsten zusammenwächst und miteinander leben kann. Und Hayek ist immer wieder Angriffen ausgesetzt gewesen. Man hat ihn immer wieder auch als jemanden dargestellt, der sozial kalt sei und Ähnliches. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, derjenige ist sozial am wärmsten, der den Menschen Gelegenheit gibt, tatsächlich mit seinen Mitmenschen in einen vernünftigen Dialog zu treten und miteinander arbeiten zu können. Vor allem aber ist Hayek auch jemand gewesen, der mit seinem Jahrhundertwerk Der Weg in die Knechtschaft ein Horrorszenario aufgezeigt hat, wie eine Gesellschaft sich entwickeln kann, wenn sie in Befehlsstrukturen in eine Kommandowirtschaft abgeleitet. Und ich kann nur jedem sagen, das Werk wird nächstes Jahr 80 Jahre alt, die Hayek-Gesellschaft wird dazu auch noch eigene Veranstaltungen durchführen, um das nochmal wieder ins allgemeine Bewusstsein zu bringen. Der Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek ist ein absolut lesenswertes Buch. Man darf es lesen, man muss es lesen, um auch die aktuelle gesellschaftliche Situation besser einordnen zu können. Wir müssen den Einzelnen stärken, für seine eigene Position einzustehen und sich mit anderen zusammenzutun, um Werte tatsächlich zu verteidigen. Das kann man sehr, sehr gut mit Friedrich August von Hayek und insgesamt dann auch darüber hinaus mit der österreichischen Schule, der nationalen Ökonomie. Ich kann versprechen, jedem, der sich mit ihm und mit Mises auseinandersetzt, mit Ludwig von Mises und auch den Vorgängern Josef Menger und wie sie alle heißen, Eugen Böhm-Bawerk, es ist intellektuell sehr, sehr bereichernd und diese Köpfe sind in den letzten Jahrzehnten völlig zu Unrecht in den philosophischen Hintergrund gerückt. Man muss sich mit ihnen beschäftigen, wenn man eine friedliche Gesellschaft bauen möchte. Übrigens, ich habe vor einiger Zeit beim Haie-Club Münster, den ich sehr empfehlen kann, einen Vortrag gehalten und im Anschluss daran bekam ich eine Flasche mit einer blauen Flüssigkeit überreicht, das war dann so ein Schnaps und da stand drauf Mises Zeug. Und die behaupteten, was wahrscheinlich nicht hundertprozentig historisch gesichert ist, dass er also in Likör den Ludwig von Mises getrunken habe und daher heißt er Mises Zeug. Da möchte ich noch mal kurz auf die gelenkte Demokratie zu sprechen kommen, die Ulrich angesprochen hat, denn tatsächlich die Namen, ob nun Hayek oder Mises, das sind wirklich Namen, die kennen heute deutlich weniger Leute und andere Gelehrte sind bekannter. Und das hat was damit zu tun, dass die Universitäten, aber auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten eben von Leuten gelenkt werden, die eine gewisse Ideologie haben und eben dafür sorgen, dass gewisse Menschen eher befördert werden und andere eher in Vergessenheit geraten. Und deswegen sage ich immer, wenn du herausfinden möchtest, ob du einseitig informiert bist, versuche das Argument deines Gegners zu machen und zwar so, dass dein Gegner sagt, ja, genau so meine ich es. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du einseitig informiert. Ich bedanke mich bei Birgit Kelle, Ulrich Vosgerau und bei Carlos A. Gebauer für das wunderbare Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Gerne. Ich habe die ganze Zeit mit mir gekämpft, ob ich das Drama der Subventionspolitik mit einer schönen Geschichte von Stephen Wright unterlegen soll. Das ist ein bisschen unernst, aber vielleicht erzähle ich es noch ganz schnell. Stephen Wright sagt, dass der Großvater zum Enkel kommt und sagt, hier Junge, hier hast du 10 Dollar, aber sag es nicht deiner Mama. Und der Kleine guckt den Großvater an und sagt, das wird dich mehr kosten als 10 Dollar. Ja. Wenn man mit Geld in ein Beziehungsgeflecht eingreift, muss man immer damit rechnen, dass es komplexer wird, als man sich das am Anfang vorgestellt hat. Jede Ehe weiß das. Nee. Herrlich. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.